Wir haben hier die wundervolle Ladi. Richtig, hallo. Mein Name ist Karimu, ich bin der Trainer. Welche Gewohnheit wollen wir uns antrainieren? Ich würde sagen, regelmäßiges frühes Training und im besten Falle wäre für mich noch ganz schön, wenn ich den Handstand erlernen kann. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist bei dem Handstand, ist stabile Handgelenke. Dementsprechend starten wir jetzt erstmal mit einem kleinen Handgelenkskrafttraining. So, und jetzt ein Bein nach dem anderen erstmal weg. Ein, ja, schön. Super, schön.